Jetzt aber ein Witz, oder? Nochmal, gucken wir mal. Ach, jetzt gucken wir das nochmal. Nein, nicht nach Name. Nach Foto, bitte. Danke. Na komm schon, Latine. Ja, genau. Bewegen. Ich kann hier gar nichts bewegen. Also suchen wir mal. Und, 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 und. Und, ah, jetzt hat er. Okay. Äh, Aufenthaltsport, okay. Bestätigt. Kriminalität, äh, Kriminellen auf dem Radar. Okay, dann los. Attacke, auf zu dem Kriminellen. Und zwar, einmal mit dem Sprung. Oh, oh, hier mit richtig cooler Kamera. Und, bämm, schön aufgesetzt. Und weiter geht's. Wow, lenken, bitte. Das darf ich natürlich nie vergessen. So, hier. Ah, elegant durchgeschlittert. Achso, das regnet jetzt auch schon. Ach Gott, das ist natürlich echt mies. Da fangen die Autos wieder an, so zu rutschen, hier. Nein, gut, egal. Müssen wir mitleben. Nützt alles nix. Äh, ja, wollte gerade sagen, die müssen doch nochmal alle... Ach Gott, hier, da ist ein Unfall. Alter, da halten die. Das ist ja nicht wahr, hier. Genau, ihr fahrt mal alle von der Brücke am besten. So, runterfahren. So, du auch. Und du da. Und du auch. Und, ja, genau, du. Und du. Und du auch. Und ihr alle. Und ich muss ja biegen. Alter, äh, es regnet. Man kann nicht bremsen. So. Jetzt aber. Äh, ich hoffe, dass die Strecke nicht zu weit wieder ist hier, dass man hier 12 Millionen Kilometer fahren muss. Ja, 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 ja. Wunderbar. Und jetzt, äh, geben wir mal ein bisschen Stoff mit unserer Pämpuzierkarre. Aber das Fenster können wir wegmachen, das brauchen wir nicht mehr. Das ist... Ah, jetzt ruft der mich auch noch an. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Kann ich jetzt, äh... Nee, ich lasse es lieber, bevor ich wieder draufgehe. Das hätte ich jetzt gesagt, ich versuche einfach mal über den Polizeiwagen Verstärkung zu fordern. Vielleicht würden die mir helfen. Ich glaube zwar nicht dran, aber... Wow, daneben. Okay, der ist tot. Der auch. Der noch nicht ganz. Na, ah, jetzt ist der nach. So, der auch. Wo haben wir da oben noch welche? So, irgendwo auf den Dächern. Da lief einer. Jetzt zieht den nicht. Ah, wir schließen da. Ah, da stehen noch ein paar. Ich sehe sie, aber... Ah, so sehe ich sie nicht. Okay. Das heißt, wir nehmen uns mal hier... Zack. Okay, das sieht gut aus. Da haben wir mal nach. Äh, jo, alles klar. Die Waffen kann ich nicht mitnehmen. Aber die... Und jetzt, äh, muss ich... Wo muss ich denn hier hoch? Komme ich hier vielleicht von dem Auto? Nee, so kann, glaube ich, Nico nicht springen, ne? Nö, naja nicht. Okay. Äh, wo muss ich denn hier hin? Aber hier, ah, hier vielleicht. Auf die Müll... Auf die Mülltonnen. Von die Mülltonnen auf das Dach. Und von dem Dach aus nach da oben. Genau. Das geht... Ah, da steht schon einer. Ja, nee, ist klar. Ich bin noch nicht mal richtig da. Und der Ball hat schon. Geh mal weg. So, laden. Waffe mitnehmen. Mal weg. Das ist wichtig hier, ich muss hier durch. So, wo ist der andere davon? Ah, das ist doch mal mit. So, die Waffe kann ich sowieso nicht mitnehmen. Jetzt muss ich da irgendwie noch mal höher kommen. Und wie? Aber so bestimmt nicht. Äh. Vielleicht von dem... Ah. Hier vielleicht... Dass der nicht so hoch springen kann, ne? Das ist ein bisschen komisch. Oh. Ist nicht klar. Doch, jetzt, okay. Und jetzt von hier aus... Ich weiß nicht, ob er es schafft. Aber das werden wir gleich sehen. Äh, so. Und... Ah, nee. Überhaupt nicht. Okay. Ähm. Ähm. Das muss doch da irgendwie da hoch gehen. Aber wie? Ähm. Ach so, warte mal. Kann man hier vielleicht... Ich hätte ja sein können. Ich hätte ihn vielleicht aufschießen können. Hm. Sehr merkwürdig. Aha. Okay, das geht. Aber das bringt mir, glaube ich, null. Oder? Ja, irgendwie schon. Hm. Nee, das bringt mir gar nichts. Äh, Hilfe. Hänge ich jetzt hinter dem Ding fest hier, oder was? Ach nee, ne? Ah, gut. Komme ich doch noch raus. Hm. Sehr merkwürdig. Sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Soll ich denn da hoch kommen? Oder ist hier eine Tür, die ja vielleicht offen ist? Jetzt bin ich aber wirklich... Ah. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich aber wirklich sprachlos. Aber... Ich hab ihn erwischt, nee. Ach. Der runtergefallen. Der hoch. Komm schon. Kletter hinne da. Mann, das ist doch nicht hoch, aber... Das tut so, als wenn er da irgendwie gleich... ...drücken wie um Berge hochsteigen muss. Stirb! Oh, hier hoch. Kraxeln. Ach so, das war's doch schon. Okay. Ich dachte, es ist noch mehr. Na gut. So. Waffe brauchen wir nicht. Ist voll. Beziehungsweise können wir nicht mitnehmen. Ah, jetzt ruft er da auch noch an. Äh, jetzt hat er aufgelegt. Weil ich runtergesprungen bin. Ja, ähm... Ähm, ähm, ähm. Ich muss mal kurz Karte gucken. Beziehungsweise Statistik. Wen haben wir denn jetzt alles hier drinnen noch? Äh, Missionen. Da. Ah, Playboy haben wir voll. Francis. Francis' Mission ist immer noch nicht vollständig. Wahrscheinlich, weil der Anruf nicht durchgegangen ist, oder? Telefonbuch. Wir rufen den mal selber an. Mal gucken. Das ist Francis McCreary. Okay. Äh, vielleicht rufe ich den ja nochmal an. Das Geld habe ich zwar schon bekommen, aber... Mal gucken. Also, Francis ist momentan nicht erreichbar. Ich würde sagen, wir fahren nochmal zum U. Und schauen mal, was das U uns nochmal so sagt. Aber ich würde gerne mit dem Taxi da hinfahren, aber irgendwie finde ich keins. Egal. Also, wenn ich hier, ähm, mal so noch sagen darf. Man läuft in GTA mit einer AK rum, oder halt auch mit einem M16 oder so, und... Ähm... Irgendwie sagt keiner was. Es ruft keiner die Cops. Gar nichts. Es ist so ganz natürlich. In Liberty City darf man auf offener Straße... Auch mit einem Raketenwerfer rumlaufen, den wir zwar noch nicht haben, aber den wir später kriegen werden. Mit Sicherheit auch. Ähm, aber das ist so ganz natürlich. In Liberty City mit... Waffen auf den Straßen rumzulaufen. Ah, ich dachte, das wäre eine Corvette gerade gewesen. Das sah zumindest so aus. Ah, da vorne wollte ich hin. Ich fülle die Mischung kurz zum Waffenladen. Nehmt. Ein bisschen Munition und auch eine, ähm... Also eine, eine, eine Schutzweste wieder kaufen. Und Handgranaten vor allem. So, was haben wir denn hier? Waffe da. Ah, okay, können wir nichts mehr vertragen. Hier noch was kaufen. Schutzweste kaufen. Äh, 20 Handgranaten kaufen, die... Oh, geht so 25. Die jeweils 1000 kosten. Eine Handgranate, 1000 Dollar. Ah, das Modell ist noch nicht verfügbar. Dann kaufen wir jetzt mal das da. Und hier kaufen wir auch noch ein bisschen Munition dafür. Und die kann ich bestimmt immer noch nicht kaufen, oder? Doch, die kann ich jetzt kaufen. Okay, cool. So, dann haben wir jetzt alles voll. Schleppen wir wieder ein ganzes Waffenarsenal mit uns rum. Aber das ist ja egal. Nico kann das. Der war beim Militär. Und der kann halt, äh... Ein ganzes Waffenarsenal hat er so in der Tasche. Warum auch nicht? Sollte man haben. Wenn man in Liberty City... Äh, hier muss man ganz rum sprechen, weil man die Treppe runterfährt. Ups, Entschuldigung. Mist, tut mir leid. Alter, halt mal an. Ich muss mal kurz zurückfahren. Entschuldigung. Ich muss nämlich noch was essen kurz. Oh, da liegt noch Geld rum. Der lässt mir Geld fallen. Kann ich gar nicht verstehen. Nein, nicht ins Auto. Was essen. So. Damit wir auch wieder voll sind damit. Gib mal den Hotdog her, da. Los. Ah, da ist schon wieder Käse drauf. Mann, das schmeckt überhaupt nicht. Ja, da. Schmeiß weg den Scheiß. So. Gut, alles klar. Fahren wir weiter. Jetzt haben wir ein Taxi. Weißt du, jetzt brauche ich keines mehr. Jetzt will ich auch keines mehr. Jetzt fahre ich selber. So. Was ist hier los? Hier ist Stau. Die arme Frau, die ist ziemlich platt, würde ich sagen. Die ist schon fünfmal drüber gefahren. Oh Mann, oh Mann. Und die Polizei stand daneben. Das habe ich gesehen. Die sagt auch nichts. Ja, verstehe ich nicht. Also. Ah, wir können. Ach nee, komm. Ich wollte gerade nochmal in. Moment. Ich wollte gerade nochmal ins Internet gehen. Aber habe ich mir so überlegt. Ach nee, doch nicht. So, warum habe ich jetzt schon den Kopf im Hals? Ich habe nichts gesehen. Ihr habt keine Zeugen, dass ich irgendwen überfahren habe. Ich habe sogar einen Video überweist, dass ich keinen überfahren habe. Wollte ich nochmal gesagt haben. Ach so, ähm. Wo müssen wir denn jetzt genau hin? Ach, da hinten. Okay. Hier ist Stau. Fahren wir hier eben oben lang. Oh, Mann, oh. Fahrt doch mal vernünftig hier alle. Platz da. Also ich werde auf jeden Fall so einen komischen Van nie wieder neben. Also so ein komisches Hubelfahrzeug wieder hinten da. Das da. Was da jetzt kommt. Das lässt sich überhaupt nicht fahren, das Ding. Alter. Meine Fris, hier ist was los, ey. Ich bin Polizist. Ich muss hier durch, ja. Mein Blaulicht sieht ihr noch nicht. Habe ich ausgemacht. Habe ich so. Ist so transparent und so. Also macht natürlich der Tag. Habe ich genau gesehen. So, endlich weg hier von den komischen Kopf da. Und wenn ich irgendwo gegenfahre, gleich wieder ist bestimmt die Karab... Ah, da vorne kommt die Kopf. Weg hier. So, okay. Wir sind jetzt schon mal entkommen. Ja, ich musste doch hier rum. Außer dem. Ich musste sowieso wenden, weil ich hier rum musste. Ganz einfach. Hätte ich auch noch weiterfahren können. Ah, jetzt kommt der jetzt. Pool spielen gehen. Was könnten wir eigentlich mal machen? Ja klar, warum nicht? Los, komm. Wo muss ich den jetzt abholen fahren? Na gut, Nico. Na gut, Nico. See you soon. Ja. War mir irgendwie klar. Na gut, egal. Komm, wir fahren jetzt Pool spielen. Dafür brauche ich aber erstmal ein Fahrzeug. Eins, was nicht so, ähm... ...demodiert ist. Oh, einmal angehalten. Und jetzt fährt er auch noch weg. Nein, bleib stehen. Aua. Aua, aua, aua. Lass mich überfahren. Los, steig aus. Steig aus. Dankeschön. So, jetzt geht's los. Äh, ja. Hier muss ich auch rum. Sehr gut. Ich könnte auch mit dem Taxi hinfahren. Und dann mit dem Taxi woanders hinfahren. Aber... ...hab ich jetzt gerade gar keine Lust zu. Fahr jetzt einfach selber. So. Dürfte ja nicht allzu lange dauern. BG, ich geb ja schon Vollgas hier. Den Wagen. Der fährt bestimmt mehr als 25. Ja, einmal hoch dich rüber aus. Ui, ui, ui. Aber danke für die Bremse. So. Da runter. Und dann auf die Schnellstraße. Ich hoffe, dass wir jetzt hier ein bisschen mehr Platz haben. Ah, toll. Er hat mich gestriffen, weißt du. Und dann... Ah, verstehe ich auch immer nicht. So. Oh, 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 oh. Moment, Moment. Guten Tag. Ach, das ist jetzt ein komischer Rollerfahrer. Wow, 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 wow.